Ich werde dann gleich mal jetzt das Wort weitergeben an die Jolly oder ich sage vielleicht noch ein bisschen was zur Einleitung. Es war nämlich insofern ganz interessant, bei der Foto und Adventure habe ich dann eigentlich so eine Podiumsdiskussion angeregt. Die Diskussion war das Bild der Frau, wer die Kamera hat, die macht. Und da ist es einfach darum gegangen, dass man auf Facebook-Gruppen immer wieder Fotos sieht, die man eigentlich nicht sehen möchte und wo man eigentlich einmal wegkommen sollte von diesem Genre der Fotografie. Und die Jolly hat nämlich einen tollen Vortrag dazu gemacht. Da würde ich dich gleich einmal bitten, dass du deine Philosophie erzählst, weil die finde ich äußerst, äußerst spannend. Bitte. Ja, da freut mich sehr, dass ich heute bei euch ein bisschen plaudern darf. Ich bin das erste Mal dabei und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich dieses Thema, das mir sehr wichtig ist, erstens mal vortragen durfte auf der Foto und Adventure und das Feedback so gut war, dass ich unter anderem jetzt noch weitere Möglichkeiten habe, das Thema ein bisschen zu teilen. Ich darf mich, ich darf vielleicht auch meinen Bildschirm kurz teilen, weil ich habe auch dazu, also zu diesem kleinen Vortrag jetzt auch eine Präsentation dabei. Karl, du könntest in der Zwischenzeit die Jolly vorstellen, was sie macht? Ja, also die Jolly Schwarz ist eine Fotografin aus Wien, hat die grafische gemacht und hat interessanterweise vor vielen Jahren bei uns einmal ganz am Anfang, hat sie einmal ein kleines Praktikum gemacht und hat dann nach der grafischen eine Zeit lang bei REWE im Fotostudio gearbeitet in Wiener Neudorf und hat sie aber dann selbstständig gemacht. Und das ist inzwischen eine sehr, sehr erfolgreiche Porträtfotografin, macht Businessfotos, macht wirklich richtig, richtig coole Sachen. Und Adventure habe ich eben mit eben dieses Thema dann vorgeschlagen, sind wir zufällig dann auch auf die Jolly gekommen, weil die genau dieses Thema bearbeitet. Und so hat sich das dann sozusagen wieder gut ergeben. Ich würde einmal sagen, sie ist sicher eine der jungen Fotografinnen, Aufstrebenden in Wien oder die schon sie etabliert hat mit einer coolen Bildsprache. Und ich werde jetzt anhand der Fotos auch sehen, dass das richtig tolle Bilder sind. Der Karl hat mich jetzt lieberweise schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin die Jolly. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in Wien. Ich fotografiere jetzt professionell seit 15 Jahren. Wenn ich gefragt werde, in welchen Bereichen ich fotografiere, sage ich normalerweise immer alles außer Babys. Weil das Thema, das ich eigentlich relativ auslasse und sonst lässt es aber auch noch sehr viel Freiheit offen, in andere Themen einzutauchen. Und da bin ich dann immer wieder auf genau dieses Thema gestoßen, das Thema der Safe Spaces. Weil ich gemerkt habe, dass sich wirklich sehr, sehr viele Menschen vor Kameras nicht wohlfühlen. Grundsätzlich nicht. Und deshalb würde ich euch gerne heute ein bisschen in diesem Vortrag mit diesem Thema näher bringen. Und zwar, weil in einer Welt, die zunehmend von Bildern geprägt ist, hat die Fotografie die Macht, Wahrnehmungen zu beeinflussen, Geschichten zu erzählen und unser kollektives Verständnis zu formen. Mit dieser Macht geht jedoch auch eine Verantwortung an uns Fotografen einher, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder sicher und einbezogen und respektiert fühlt. Wir werden heute ein bisschen darauf eingehen, was das für Vorteile für uns als Fotografen hat. Was das vor allem dazu beitragen kann, eine schönere, authentischere und visuelle Geschichtenerzählung zu gestalten. Dazu müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, was sind sichere Räume in der Fotografie oder was ist die Definition davon? Ein geschützter Raum in der Fotografie bezieht sich auf eine Umgebung, in der sich Menschen aus allen Lebensbereichen ausdrücken, ihre Geschichten erzählen und sich mit der Kunst der Fotografie auseinandersetzen können. Und zwar das Ganze ohne Angst, diskriminiert zu werden, verurteilt zu werden oder marginalisiert zu werden. Es ist ein Ort, an dem Fotografen und Modelle gemeinsam gleichermaßen auf respektvolle und gefühlvolle Art zusammenarbeiten. Dadurch entsteht dann ein Gefühl von Selbstbestimmung und Vertrauen auf beiden Seiten. Und das spielt uns natürlich sehr in die Hände, wenn wir echte Geschichten und echte Emotionalitäten oder Emotionen festhalten wollen. Von diesem Raum, von dem ich hier rede, reden wir aber jetzt nicht unbedingt von einem wortwörtlichen Raum, in dem wir uns befinden müssen, sondern ich rede heute besonders über den emotionalen Raum, den wir hierfür aufbauen. Und auch halten müssen für das Gegenüber. Dazu kommen wir jetzt gleich einmal zum ersten Thema. Und zwar müssen wir uns mal anschauen, ich habe das Ganze versucht, in sechs Unterteilungen aufzuteilen. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein sehr komplexes Thema und eine halbe Stunde ist immer sehr kurz, würde ich sagen, für so ein Thema, das so fluid ist. Ich habe auch versucht, das, wie gesagt, jetzt in sechs Themen zu teilen. Ihr werdet es merken, diese Themen untereinander immer wieder ineinander einfließen und verfließen, weil das Ganze eine flüssige Sache ist und gar nicht so einfach ist, das Ganze jetzt so simpel aufzuteilen. Aber ich habe mein Bestes gegeben, das Ganze ein bisschen verständlich in Vortragsform zu verfassen. Und zwar, wir fangen einfach mal an mit der respektvollen Sprache und Verhalten. Sprache spielt eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung eines sicheren Raumes, verwendet eine geschlechtsneutrale Sprache und verwendet bevorzugte Pronomen. Das ist zum Beispiel ein Thema, das ist vielleicht jetzt für viele neu, ist aber deshalb nicht weniger wichtig. Ich persönlich will auch nicht auf einem Shooting die ganze Zeit mit er angesprochen werden, wenn ich mich als Frau sehe. Und genauso fühlt sich jemand anderer wohl, wenn der die ganze Zeit mit falschen Pronomen oder unangenehm angesprochen wird. Versucht Sypen zu vermeiden, um da Voreingenommenheit auf, also das zu vermeiden. Seid euch kulturellen Normen bewusst, um Missverständnisse und Beleidigungen zu verhindern. Das schließt natürlich jetzt auch mit ein, dass ich mich bei jedem Modell, das ich fotografiere, bei jeder Person, die ich fotografiere, eventuell ein bisschen vorher auseinandersetzen muss damit, erkundigen muss. Vielleicht Themen recherchieren muss, mit denen ich selber noch nie Berührungspunkte habe oder hatte. Einfach nur, um davon aus, also gut ausgehen zu können, respektvoll mit diesem Gegenüber zu sprechen, obwohl ich zum Beispiel selber noch gar keine Themen damit hatte. Es fühlt sich nämlich absolut nichts besser an, als in einen Raum zu kommen und zu merken, dass das Gegenüber sich echt mit meinem Thema befasst hat. Und damit kann ich mich auch dann sehr viel leichter öffnen, um mich fotografieren zu lassen. Und dieses Öffnen und dieses Sprechen ist einfach ein ganz wichtiger Punkt des Wohlfühlens, dass wir auch die echten Emotionen und keine Angstemotionen in den Gesichtern haben, wenn wir diese fotografieren. Ich habe dafür jetzt auch ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt für jedes dieser Themen ein Beispiel mitgebracht aus meinem eigenen Berufsleben. Und zwar habe ich jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Job gewesen, den ich heuer gemacht habe in Grönland für die Firma Vela Nordic. Die machte unter anderem Einzelreisen und Tagestrips auf Grönland, Island und Ferroir. Und ich hatte die Aufgabe, unter anderem die Kultur ein bisschen dort festzuhalten. Und wir hatten einen Shooting-Termin mit einer grönländischen Schamanin. Gut, ich kenne mich jetzt nicht besonders gut aus mit grönländischem Schamanismus. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Kollegen oder Kolleginnen in meiner Nähe gehabt, die dann sagen, ja gut, das ist jetzt der Job des Kunden da, die Kommunikation zu schaffen. Ich bin jetzt hier für die Fotos und das war's. Mein Problem ist aber damit, ich kann kein gutes Foto machen, wenn ich nicht auf die Person eingehe. Wenn jetzt alles von wem anders reguliert wird, die Person kennt mich ja trotzdem nicht. Und die möchte genauso mit Respekt behandelt werden. Also habe ich mich vorher einfach erkundigt zu schauen, wie kann ich diese Person überhaupt respektvoll ansprechen. Was wird als leidigend gesehen? Wie nah darf ich der Person kommen? Welche Fragen sind übergriffig? Wie schaut alleine die Handbegrüßung aus? Ist das ein Händeschütteln oder wird das eher als was Negatives gesehen? Dadurch, dass ich absolut keine Ahnung von dem Thema habe, muss ich mich einfach auch ein bisschen damit befassen und vor Recherche betreiben. In dem Fall hat das Gott sei Dank wahnsinnig gut funktioniert. Ich hatte nämlich eigentlich nur so 10, 15 Minuten für diese Fotos. Habe ich dann auch ganz schnell entscheiden müssen, wo wir diese Fotos machen, wie wir diese Fotos machen und war heilfroh, dass ich mich vorher erkundigt habe, um zu wissen, was ist okay, was darf ich dieser Person bitten, was nicht, was ist zu viel, was ist zu extrem. Und im Endeffekt waren die Kunden als auch die Schamanen wahnsinnig glücklich mit dem Ergebnis, weil sie halt gemeint hat, sie fühlt sich wirklich gut repräsentiert. Und das ist ja eigentlich das, was meine Aufgabe ist. Ich will ja nicht einfach nur aufmerksamkeitserharschende Fotos machen für die Werbung, sondern die sollen ja auch authentisch sein. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar wäre das die offene Kommunikation. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen mit einfließen lassen. Vorher, da geht es auch viel um Reden. Mir ist ganz wichtig, dass diese Kommunikation eine offene Kommunikation ist und so auch startet. Stellt eine klare Kommunikation mit euren Motiven her, besprecht euer geplantes Projekt gut und vermittelt vor allem ein Verständnis dafür, was danach mit diesen Fotos gemacht wird. Das schafft Vertrauen und ermöglicht es den Personen, ihre Geschichten auch wieder authentischer zu erzählen. Ich mache auch mehr auf und erzähle meine Geschichte viel mehr vom Herzen und mit Emotionen. Wenn ich weiß, in welchem Kontext werden diese Fotos gezeigt, wird diese Geschichte gezeigt, wird die jetzt zerfetzt im Internet irgendwie aufgeteilt oder bleibt das ein großes Ganzes, verliere ich da mein Gesicht dabei, wird das total in unterschiedliche Richtungen verformt oder behält diese Geschichte die Form, die ich eigentlich auch haben will. Und das ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist. Da kommen natürlich auch offene Dialoge mit Models dazu, wo manchmal Themen aufkommen oder Grenzen aufgezeigt werden, die vorher nicht bewusst waren. Also durchs Gespräch kommt man drauf, ah, das ist der Person zu weit, das ist der Person zu viel. Und da können wir dann sofort einhaken und versuchen, da nicht drüber zu steigen aus Respektgründen. Natürlich ist das Ganze auch, also viele, sehr viele Leute legen sich das Ganze auf die, verlassen sich ein bisschen auf diese Einwilligungserklärung, die ganz oft bei Shootings unterschrieben wird, sowohl von Models als auch von Fotografen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, dass da rechtlich eine Absicherung da ist und alle Unterschrieben haben, sie sind akkord mit dem Shooting und sie sind okay mit der Verwendung etc. Nur was das nicht bedeutet, ist, dass wir auf Consent vergessen dürfen. Einmal fragen reicht nicht. Auch wenn ich davor eine Unterschrift gesetzt habe, heißt das nicht, dass ich mich über das gesamte Shooting hinweg mit diesem Thema befassen muss. Ich habe als Person, die fotografiert wird, zu jedem Zeitpunkt in jedem Bereich des Shootings die Möglichkeit zu sagen, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Ich habe mich bis jetzt wohl gefühlt, ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl und darauf muss eingegangen werden. Das große Problem bei solchen Situationen ist oft, wenn Leute vorher eine Unterschrift geben und sich dann im Nachhinein im Shooting merken, gar nicht mehr so wohlfühlen, trauen sich oft nicht, etwas zu sagen. Weil ich habe meine Unterschrift gegeben, ich darf sowieso nichts mehr machen, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Das sieht man halt dann leider auf den Fotos, finde ich. Also ich, das ist auch, da kommen wir auch zu einem meiner wichtigsten Punkte heute. Wenn sich eine Person nicht wohlfühlt vor meiner Kamera, ist es egal, wie gut mein technisches Know-how ist, wie toll das Licht ist, wie spektakulär das Setup ist. Es wird kein gutes Foto rauskommen. Und das ist so der Punkt, warum ich so für Safe Spaces mich einsetze, weil das einfach eigentlich der Grundbaustein sein sollte, bevor wir überhaupt irgendetwas anderes im Shooting machen, wenn wir mit Menschen arbeiten. Ich habe hier auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Und zwar war das ein Projekt von der Künstlerin Irina Pejic. Die wollte das Thema Wolllust fotografisch in einem Projekt darstellen mit möglichst vielen Körperteilen, möglichst vielen Körperparts, aber das Ganze versuchen, anonym zu halten und gleichzeitig so divers wie möglich. So, dann haben wir jetzt natürlich die Herausforderung, erstens sich ausziehen vor einer Kamera, also in Nacktheit ist grundsätzlich schon ein Thema, wo sich sehr viele Leute unwohl fühlen können oder natürlich eine größere Barriere ist, sich da wirklich auch reinfallen lassen zu können in so ein Shooting. Und auch dazu ist da jetzt noch die Herausforderung gewesen, man ist nicht nur alleine, sondern es sind neun andere Personen auch da, auch nackt. Und es geht hier um Körperberührungen. Da muss so viel da sein, dass sich alle respektiert fühlen, dass sich da niemand irgendwie belästigt oder ungut fühlt. Das muss ganz klar kommuniziert sein, dass da jeder zu jedem Zeitpunkt sagen kann, hey, das geht mir gerade zu weit oder das will ich jetzt nicht. Noch dazu, ich frage wirklich permanent nach. Ich gehe auf jede einzelne Person ein. Jede einzelne Person hat andere Bedürfnisse, die ihr helfen, sich wohlzufühlen in so einem Shooting. Also das war natürlich eine spezielle Herausforderung. Man arbeitet normalerweise nicht mit so vielen nackten Modellen gleichzeitig, aber auch gerade mit solchen Themen ist es besonders wichtig, dass sich wirklich niemand unangenehm näher gekommen fühlt und da voll sich dem Thema und dem Krieren und dem gemeinsamen Aufbauen da widmen kann. Wir haben als nächstes Thema die Empathie. Und die Kommunikation ohne Empathie geht sowieso gar nichts, wenn man mit solchen sensiblen Themen arbeitet. Aber versetzt euch in die Lage eures Subjekts. Geht mit Empathie auf sie oder ihn zu. Behandelt sie oder ihn als Mitarbeiter und nicht als Objekt. Stellt Fragen und seid interessiert. Achtet aber darauf, dass diese Fragen nie zu persönlich werden und schon gar nicht in Themen gehen, die ihr selbst nicht beantworten wollen würdet. Weil das Ganze spielt hier in einem Ping-Pong. Also das ist eine Kommunikation und das ist nicht nur ein, ich setze dich vor mich hin, ich fotografiere dich, sei leise, ich mache das schon, passt schon, sondern wir arbeiten hier gemeinsam an dem besten Ergebnis. Und nur so kann man auch zum besten Ergebnis kommen, wenn auch beide versuchen, hier das Beste rauszuholen. Umso mehr sich euer Model respektiert und verstanden fühlt, umso größer ist natürlich dann der Wohlfühleffekt und das Vertrauen in euch als Fotografen. Schaut darauf, dass zum Beispiel Shooting-Prozesse möglichst angenehm gestaltet sind. Also jetzt auch nochmal zu dem anderen Shooting zurück. Es sind so kleine Dinge wie die richtige Musik, es gab Snacks und keiner hat Hunger gehabt. Es gibt es in alle Richtungen. Und zwar, ich habe nicht nur, keine Ahnung, Butterbrote da oder Wurstbrote, sondern ich habe vegane Lösungen, vegetarische Lösungen, normale Lösungen. Ich habe Drinks da, ich habe Kaffee, Tee. Also es muss jetzt nicht alles sein. Aber einfach nur diese kleinen Faktoren können so viel beitragen. Wenn eine Shooting-Location ein bisschen kühler ist, nehmt Decken mit, damit man sich zwischendurch wärmen kann. Weil ihr sitzt da mit euren Jacken mit der Kamera und das Model vor euch vielleicht viel weniger bekleidet. Und auch wenn, ich rede auch davon, es muss auch ein Unterschied gemacht werden natürlich, ob das jetzt eine Privatperson ist, die normalerweise nie vor einer Kamera steht. Oder ob das jetzt ein Model ist, die jetzt für eine Kampagne gebucht ist, genauso bezahlt ist wie ich als Fotograf. Ich finde trotzdem, dass hier der Safe Space zwischen mir und Model sitzen muss. Weil auch wenn das Model bezahlt ist und das auch ihr Job ist, sich da jetzt wirklich ihr Bestes zu geben, ist es trotzdem immer noch meine Verantwortung, auch einem professionellen Model einen Safe Space zu geben, sich da auch wirklich vollends ausdrücken zu können und reinarbeiten zu können. Und wenn wir gemeinsam an dem Thema arbeiten, wird das natürlich ein viel besseres Ergebnis, als wenn ich das Model einfach nur anscheu, sie soll sich bitte bemühen. In manchen Fällen hilft sogar, in Extremfällen sogar ein Schluck Alkohol. Das kann jetzt sein, ein gemütliches Bier vorher oder ein Absal dazwischen. Weil manchmal kann das Ganze so schlimm werden. Ein Beispiel, ich habe manchmal Personen bei mir, die kommen für ein ganz schlichtes, einfaches Bewerbungsfoto und haben aber so eine Panik davor, die kommen zu mir ins Studio rein mit Stressausschlag von oben bis unten, zitternd, schweißnasse Hände. Ja, ich mache das super ungern. Wenn ich die Person jetzt genauso hinsetze und einfach nur Fotos, furchtbarste Foto herauskommen, das die Person jemals von sich selbst gesehen hat, in der größten Angst, die man sich vorstellen kann. Und meine Aufgabe ist jetzt, diese Person da ein bisschen von dieser Angst zu lösen vorher, ein bisschen einen Raum zu geben, mal anzukommen, ein bisschen auf die Bedürfnisse der Person einzugeben, eben mit Kommunikation, mit Musik, mit Ambiente, um da einfach auf die Bedürfnisse darauf einzugehen und ein gutes Foto zu machen. In dem Fall war es zum Beispiel auch so, ich habe der Person gesagt, boah, das mit dem Ausschlag, das ist überhaupt kein Problem, das sind zwei Klicks im Photoshop und dann ist das erledigt. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen drum machen. Fünf Minuten später war der Ausschlag weg. Weil einfach dieser Stress, oh Gott, ich muss jetzt perfekt aussehen, weg war. Ach, die kann so eine Sache retuschieren. Toll, super, na dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Das Ganze ist abgefallen, die Hände haben aufgehört zu zittern und der ist rausgeflattert und wirklich hat gemeint, er wird mich jetzt jedem empfehlen, der Angst hat vor Fotos, weil das war jetzt so toll, der wird jetzt einmal im Jahr herkommen, weil das ist ja wie Therapie. Also das Best-Case-Szenario. Ich habe hier eben, wie gesagt, ein Beispiel und zwar ist das jetzt nicht genau die Person dabei, weil die Person will nicht unbedingt gezeigt werden, was ich auch verstehe, wenn man selbst grundsätzlich schon so eine Angst hat davor. Aber das ist jetzt einfach mal nur als Beispiel, wie viele unterschiedliche Porträts man mit simplen Lichtsituationen machen kann, aber hauptsächlich deshalb so besonders ausdrucksstark, weil sich die Personen wohlgefühlt haben. Und jede Einzelne ist mit einem unterschiedlichen Level an Nervosität ins Studio gekommen und hatte andere Bedürfnisse, die das Ganze dann wieder runterreguliert haben und wir dann wirklich großartige Fotos machen konnten, für die alle super fanden. Also auch sie selbst einfach total glücklich waren damit. Um das Ganze jetzt nochmal weiterzuführen, kommen wir zum nächsten Punkt der Zeit. Das habe ich jetzt auch ganz kurz jetzt wieder mit eingebunden, gerade vorher, und zwar einfach dieses Ankommen lassen. Also wenn man ein Shooting hat, lasst eure Modelle, eure Personen, die ihr fotografiert, bitte mal ankommen. Nehmt euch die Zeit und lasst die Personen hier ohne Stress das Ganze durchgehen. Weil so, wenn ich jetzt jemanden habe und ich sofort sage, gut, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, let's go, da kommt nichts Entspanntes raus. Niemand ist entspannt, wenn er einen Zeitstempel drauf hat. Deshalb nehme ich mir immer besonders viel Zeit für Shootings. Also gerade, es kann oft passieren, dass ich die erste Stunde nicht einmal die Kamera in die Hand nehme, sondern einfach mal nur rede mit den Personen. Mal bespreche, was haben wir vor, was machen wir, was wollen wir heute kreieren, in welche Richtung soll es gehen, was ist eigentlich das Ziel unseres Shootings heute. Einfach mal ein bisschen, Smalltalk klingt jetzt blöd, aber es ist okay, dass Personen ein bisschen Zeit brauchen, sich zu akklimatisieren. Und das muss beachtet werden. Und zwar von uns Fotografen, weil wir sind die Personen, auf die sich die Fotografierten verlassen. Wir nehmen die bei der Hand und ab dem Zeitpunkt, wo die bei mir hier reingehen, vertrauen die mir, dass ich weiß, was ich tue. Ich habe hier auch ein Beispiel wieder dafür, da war eine Dame bei mir oder hat mich angefragt für Akt- und Boudoir-Fotos. Und zwar ist die Dame schon an Ende 50, kommt schon in die 60er langsam und war sich wahnsinnig unsicher, weil die hat das noch nie in ihrem Leben gemacht und hat beim Gespräch am Telefon schon total geflattert und war ganz nervös und aufgeregt. Und ich habe gesagt, das ist gar kein Problem, da machen wir das Ganze entspannt, wir machen uns einen Spaß draus. Und die ist zu mir ins Studio gekommen, wie immer noch höchst flatterig. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich habe meinen eigenen Champagner mitgenommen, können wir damit mal starten? Natürlich können wir damit mal starten, wir nehmen uns mal die Zeit, wir setzen uns mal hin, mich erörter mal, ich frage dann auch immer nach, wo kommt denn überhaupt dieses Gefühl her, dass wir dieses Shooting machen wollen, weil es gibt doch auch sehr viele Leute, die zu mir kommen für solche Fotos, die das gern für den Partner machen wollen. Das ist wunderschön, eine total tolle Sache. Da geht man dann halt ein bisschen drauf ein, was dem Partner vor allem gefällt. In dem Fall hat sich aber durch das Gespräch und die Zeit herausgestellt, sie ist zwar verheiratet und sie hat einen Partner, aber sie möchte das nur ganz für sich selbst machen. Sie hat das noch nie in ihrem Leben gemacht und sie findet, sie hat sich verdient, sich einmal im schönsten Licht zu sehen, wie sie jetzt ist. Und das fand ich so schön, das lieben wir, Selbstbestimmung, großartig. Und wir machen uns jetzt den größten Spaß draus und haben einfach, die ersten Fotos werden natürlich ein bisschen steifer noch, aber so viel lockerer, als wenn ich einfach straight in dieses Shooting reinkrache, ohne Besprechung, ohne Zeit. Und ich zeige euch jetzt, wir sind halt wirklich richtig schöne Sachen auch rausgekommen. Sie war auch wahnsinnig happy da mit dem Ergebnis. Also sie hat sich da richtig schön reinfallen lassen können und war auch total der Überzeugung, dass das eigentlich all ihre Freundinnen jetzt brauchen, weil eigentlich ist ja das etwas, was einem so wohltut und einem das Selbstwertgefühl so steigert. Und das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt. Wir haben die Möglichkeit, das Selbstwertgefühl von Menschen zu steigern und wir können das Selbstwertgefühl von Menschen absolut zerstören. Ich habe so schlimme Geschichten gehört von Personen, die zu mir gekommen sind zu fotografieren, die waren so wahnsinnig nervös und durchs Nachfragen bin ich draufgekommen, die sind nur deshalb so nervös, weil sie so unglaublich schlechte Erfahrungen bei Shootings gemacht haben. Die Leute vertrauen uns, die hören auf das, was wir sagen. Und wie ich vorher gesagt habe, manchmal gibt es Themen, da trauen sich die Leute zum Beispiel etwas nicht ansprechen. Und das kommt ganz einfach daher, wenn ich jetzt vor dir sitze als Person, die fotografiert wird und dir sage, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt und der Fotograf sagt mir, doch, das ist so super, glaube mir, ich kenne mich aus, werde ich als Person nichts dagegen sagen, weil okay, ich habe einmal versucht zu sagen, irgendwie weiß ich nicht, ob mir das gefällt, aber er sagt, das ist super so. Und dann sitze ich im Nachhinein mit Fotos, die mir selber nicht von mir selbst gefallen, obwohl ich eigentlich versuche, da etwas zu sagen, aber der Fotograf ist einfach nur über mich drüber gebügelt und er hat gesagt, Schatze, du kennst dich eh nicht aus, so auf die Art. Also es ist ganz unterschiedlich. Und ich finde das einfach so wichtig, dass wir als Fotografen den Leuten ein besonders gutes Gefühl geben über sich selbst. Wir als Menschen haben sowieso meistens ganz, ganz viele Themen, die uns an uns selber stören. Und gerade, wenn du fotografiert wirst, geht der ganze Fokus auf dich. Und es kann einfach ein bisschen unangenehm sein. Es ist einfach angenehmer, wenn einem der Fotograf da ein bisschen mithilft. So, dann kommen wir zum letzten Thema. Ah nein, zum vorletzten Thema, Entschuldigung, Thema Nummer fünf, sind die Umweltaspekte. Wählt Drehorte, Shooting Locations, die sicher sind und nicht irgendwie illegal, halb Grauzone, halb nicht. Weil es gibt nichts Unangenehmeres, mitten im Shooting unterbrechen zu müssen, weil irgendeine Security, irgendeine Polizei das Ganze unangenehm auflöst. Das ist für keinen eine positive Nacherinnerung. Schaut, dass eure Plätze von mir aus sogar mit Einwilligungsbestätigung irgendwie abgesichert sind. Beziehungsweise schaut auch, was euer Auswirkungen und eure Anwesenheit auf dem Drehort, auf dem Shootingort auslöst. Ruiniere ich irgendwelche Grünflächen? Also man achtet immer auf alles und nicht nur auf mein Foto, das ich in meinem Kopf habe, sondern es ist, wie gesagt, immer ein Faktor von ganz, ganz vielen Punkten. Was man natürlich auch machen kann, um solche Sachen zu verhindern, dass man irgendwie in unangenehme Situationen kommt, ist zum Beispiel ein Studio mieten. Es gibt in Wien oder Österreich oder grundsätzlich überall auf der Welt unglaublich viele unterschiedliche Studios, die man mieten kann, in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Es gibt ganz schlichte Studios, die einfach nur verschiedenfärbige Hintergründe haben mit Licht-Setups, die man sich selber alles kreieren kann. Oder es gibt voll ausgestattete Studios, die ausschauen wie eine kleine Wohnung oder total schön dekoriert. Also man kann sich da wirklich richtig viele unterschiedliche Sachen raussuchen. Und solche Orte sind dann auch schon ein viel größerer Safe Space, sage ich jetzt mal, als wenn ich jetzt einfach in einem Park fotografiere, wo jederzeit mehr vorbeikommen kann. Ich persönlich habe das auch immer ganz viel gemacht, dass ich mich in Studios eingemietet habe oder ein Studio geshared habe und bin aber dann irgendwann für mich persönlich draufgekommen, ich würde das Thema Safe Space einfach nochmal auf ein neues Level heben. Das ging halt mit Corona einher, dass ich gemerkt habe, ich hätte gerne gar keine Zusatzpersonen mehr in meinem Umfeld außer mich und die Person, die ich fotografiere, gerade wenn es zu so speziellen Fällen mit Angst geht. Und bin vor drei Jahren in mein eigenes Studio gezogen. Da haben wir jetzt hier als Beispiel einfach die Fotos, wie so etwas aussehen kann. Das Studio habe ich jetzt in Wien im 15. Bezirk bei der U6 Guttendorfer Straße. Es ist auch mietbar, aber nur auf Anfrage, weil es eben kein typisches Mietstudio ist, weil ich wohne auch im Stock drüber. Dadurch hat man eine total angenehme Wohnungssituation und eine total schöne Stimmung. Da kann keiner ins Fenster reinschauen. Da ist man absolut safe. Und das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, da noch dazu, mehr in dieses Thema einzutauchen. Also ich habe, wie ich in das Studio gezogen bin, im ersten Jahr mehr nackte Menschen fotografiert, als ich je in meinem Leben zuvor fotografiert habe. Weil einfach nur die Menschen sind da reingekommen und haben sich so wohl gefühlt. Es war einfach ein automatisches, oh, na gut, ein bisschen ausziehen macht mir gar nichts. Na hier doch nicht. Also das ist einfach ein emotionaler Raum, den man hier aufbaut und einem Sicherheit gibt, da sich wohl zu fühlen in Situationen, in denen man sich normalerweise vielleicht nicht wohl fühlt. Als letzten Punkt haben wir noch die Repräsentation und Diversität. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, den ich jetzt, so wie jetzt gerade besprochen, direkt auf Shootings anwenden kann. Aber es ist eine Vorbeugung oder ein Vorausarbeiten, dass sich Menschen im Voraus vielleicht schon wohler fühlen mit mir als mit anderen. Und zwar präsentiert eine vielfältige Auswahl an Bildern in eurem Portfolio, um unterrepräsentierten Stimmen zu würdigen und zu stärken. Fordert gesellschaftliche Normen heraus, indem ihr Themen auf unkonventionelle und kraftvolle Art darstellt. Und außerdem hilft diese Arbeitsweise sehr der Bildung und dem Bewusstsein für Themen, die vielleicht gar nicht in meiner Bubble sind, in meinem Umkreis sind. Informiert euch kontinuierlich über kulturelle Unterschiede, über Geschichten und soziale Probleme, die das Bewusstsein vom Ansatz an beeinflussen können. Ich gehe nicht zu einem Fotografen für mich selbst, also für ein Porträt, wenn ich sehe in seinem Portfolio, der hat nur Männer fotografiert. Ich fühle mich nicht repräsentiert als Frau, dass ich da zu dem hingehe und sage, ich weiß, du fotografierst nur Männer, aber du kannst sicher auch Frauen fotografieren. Also in meinem Fall, ich arbeite wahnsinnig divers und natürlich fühlt sich da jeder wohler und repräsentierter, wenn er sich irgendwo selber wiederfindet. Vom Alter her, von der Größe her, von der Körperform her, von der Körperfarbe her, von der Kultur her. völlig egal in welche Richtung, aber desto diverser, desto mehr Leute werden positiv angesprochen natürlich. Wir haben hier auch wieder ein Beispiel, und zwar habe ich hier für die Künstlerin Julia Bugram ihr Projekt visuell dargestellt, und zwar ging es hier um die Sexualisierung und Selbstbestimmung des Körpers einer Frau. und sie wollte hier ein Zeichen setzen und zwar möglichst divers und unterschiedliche Menschen und das ist gar nicht so einfach bei fünf Personen. Das Projekt geht jetzt noch weiter über die nächsten Jahre und es werden vielleicht noch mehr, also Frauen dazukommen jetzt in nächster Zeit, aber über die letzten eineinhalb Jahre war das jetzt mal mit den fünf Personen und ich finde, für fünf Personen ist da wahnsinnig viel Diversität drin, von Altersgruppen her, von Hautfarbe-Typen her, von Körperformen-Typen her und was man jetzt zum Beispiel auch nicht sofort offiziell, also sofort sieht, was aber ich weiß, weil ich es halt fotografiert habe, wir haben hier unter anderem auch eine Transgender-Frau dabei. Das ist auch etwas, was gar nicht sofort auffällt, aber alleine nur die Tatsache, dass da jemand repräsentiert ist, der das ist und das teilt, fühlt sich eine ganze neue Gesellschaft an Menschen viel wohler, sich von mir fotografieren zu lassen, wenn die weiß, ich arbeite mit so vielen unterschiedlichen Themen und so vielen unterschiedlichen Richtungen. Genau, um das Ganze jetzt ein bisschen zusammenzufassen, haben wir hier jetzt nochmal einmal vier Punkte zusammengeholt, die Auswirkungen und Vorteile beschreiben, die uns helfen, wenn wir diese Safe Spaces kreieren und ernst nehmen. Und zwar ist der erste Punkt die emotionale Verbindung. Ja, also sichere Räume fördern echte Emotionen, was zu Bildern führt, die beim Betrachten stärkere Emotionen auslöst. Das ist, das ist, gebe ich dir emotionale Sicherheit, kannst du dich emotional mir öffnen. Und das ist einfach grundsätzlich eigentlich etwas, was in der Porträtfotografie ein Grundstein sein sollte. Dann haben wir die Langlebigkeit. Respektvolle Fotografie baut dauerhafte Beziehungen zu den Personen auf und die auch vielleicht zukünftig wieder zu Kooperationen führen können. Außerdem ist Mundpropaganda die beste Propaganda. Also jeder, der sich mit mir wohlgefühlt hat beim Shooting, wird wiederkommen. Oder wird anderen Leuten erzählen, boah, bei der habe ich mich so wohlgefühlt, das hat so einen Spaß gemacht, ich habe immer Angst vor Fotos gehabt, aber das ist so cool, geht zu der. Das ist etwas, was einfach eine ganz eine neue Perspektive gibt zu, man, der macht einfach geile Fotos oder die macht einfach tolle Lichtportraits, sondern es geht hier einfach auch um dieses Wohlfühlen und dass da weitere Jobs dann halt kommen können. Ich habe oft als Feedback in der Werbung bekommen, Jolly, du bist vielleicht nicht unbedingt heute die technisch absolut beste Wahl für diesen Job, aber es fühlt sich jeder in unserem Team so unendlich wohl damit, dass wir die besten Fotos mit dir kriegen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Kompliment für das. Dann haben wir als dritten Punkt den sozialen Wandel. Mit Bedacht aufgenommene Bilder können natürlich Stereotypen in Frage stellen und Emportie fördern. Wenn ich jetzt Fotos veröffentliche, die Themen behandeln, die vielleicht in meiner Bubble, in meinem gesellschaftlichen Umkreis noch gar nicht so behandelt wurden, dann kommt auch dieser Kreis mehr ins Umdenken oder vielleicht in die Recherche und interessiert sich auf einmal für Themen, die vorher gar nicht bewusst wahrgenommen worden sind. Und der letzte Punkt, den ich persönlich auch als einen sehr wichtigen finde, ist die persönliche Erfüllung. Es gibt absolut kein schöneres Gefühl als ein glückliches Gegenüber, das so happy ist mit den Fotos oder da, wie gesagt, aus dem Studio rauspänzelt und flattert, die vorher wie ein emotionales Wrack reingekommen sind. Das ist für mich das allergrößte Kompliment, dass sich jemand wirklich so fallen lassen kann und wirklich kurz ohne Verurteilung, ohne irgendwelche Ängste da mal loslassen kann und sich fotografieren lassen kann. Also das ist, ja, es ist, finde ich, einfach etwas, was dazu gesagt werden muss, weil man einfach als Fotograf natürlich auch dahinter steht. Ja, jetzt kommen wir noch kurz zu meinem Abschluss, in der jedes Bild Bände sprechen kann, geht unsere Verantwortung als Fotografen über die Ästhetik hinaus. Das Konzept der sicheren Räume in der Fotografie treibt uns in integrativere und in eine mitfühlendere Welt, in eine Welt, in der Geschichten jedes Einzelnen geschätzt und gehört werden. Während wir weiter in unsere Kameras schwingen, sollten wir dabei nicht vergessen, dass die Bilder, die wir aufnehmen, das Potenzial haben, Meinungen zu formen, Normen neu zu definieren und Lücken zu schließen. Lasst uns die Herausforderungen doch gemeinsam annehmen, für alle einen saferen Space zu kreieren und um unser eigenes Handwerk auf ein neues Niveau der Wertschätzung, des Verständnisses und der Wirkung zu heben und damit einfach nochmal ausdrucksstärkere Arbeiten abliefern zu können. Und ja, damit war es das eigentlich schon wieder von mir und ich sage danke. Falls es jetzt natürlich noch ein paar Fragen gibt, bin ich sehr, sehr, sehr offen für jegliche Fragen und stehe noch zur Rede und Antwort. Ja. Danke für den tollen Vortrag und das Konzept hat sich die Jolly ausgedacht, das hat sie nicht irgendwo abgeschrieben, sondern das ist sozusagen ihre Erfindung oder ihr, ja, es ist ja mal ein ganz anderer Blick auf die Fotografie und ich würde mal die Fragerunde, wir werden vielleicht noch fünf Minuten, wer hat noch Fragen, bitte? Nein, es war ein ganz toller Vortrag, also sie kann auch, sie kann das, was sie erfahren hat, sehr gut weitergeben. Das ist so zu sagen. Danke, Peter. Danke, ich gehe mal. Ja, fein. Also, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, also von der Jolly werden wir sicher noch mehr hören. Ich schreibe jetzt auch einen Artikel über dieses ganze Thema für das Fotoobjektiv. Wir haben auch dann die Podiumsdiskussion aufgezeichnet, wird auch als Podcast kommen und also wir haben das eine oder andere noch vor und ich finde, das Thema ist einfach so, so wichtig. Noch einmal vielen Dank. Darf ich einmal noch kurz zu einem Statement ganz kurz da schreiben, weil jemand stimmt immer zu 99,9 Prozent zu. Nur Alkohol geht gar nicht. Das ist auch total in Ordnung, wenn für eine Person selbst Alkohol gar nicht geht. Ja, also das, ich würde auch niemals irgendjemandem sagen, hey, du fühlst dich wohler mit Alkohol, glaub mir. Aber es gibt natürlich Personen, die sich einfach so unwohl fühlen und sich freuen darüber, entspannt vor, ein Bier mit mir trinken zu können, bevor sie starten. Das heißt nicht, dass ich irgendwen zum Alkohol trinken verleite, zwinge oder irgendwas. Aber wenn jemand bei mir ins Studio reinkommt, sage ich grundsätzlich, was darf ich anbieten? Tee, Kaffee, Wasser, einen Spritzer, ein Bier, einen Sekt. Einfach nur, damit von allem mal, was da ist und jeder darf sich hier aussuchen, was er will. Da wird nicht verleitet, da wird nicht irgendwie in eine Richtung gedrückt. Es geht nur darum, dass jeder einzelne Mensch andere Bedürfnisse hat, wie er schneller zu einem bisschen sicheren Gefühl kommt. Und für manche ist das einfach ein Stamperl Schnaps oder Bierli oder Glaser Sekt. Das ist absolut nicht verwerflich und das werde ich aber auch niemandem zuzwingen, der, also ich verstehe total, wenn jemand da ein Problem hat und sagt, der hat mit seinem, mit Alkohol eine totale Grenze, dann wird die respektiert. Darum geht es ja in dem Safe Space, dass diese Grenzen respektiert werden. Ich würde fragen, Frukade oder Eierlikör? Das passt auf, Peter. Also ich war einmal bei einer Sprachaufnahme im Tonstudio dabei und der Sprecher, also Hobby-Sprecher, der hat sich nur versprochen, also das war eine Katastrophe und der Tontechniker hat gesagt, jetzt geben wir mal ein Bier und dann hat er ein Bier trunken und dann auf einmal hat das wirklich gegangen wie vom, also wie, das war ein anderer Mensch. Aber es soll natürlich keinen Aufruf zum Alkohol sein, das ist ja klar. Und ich sehe jetzt auch, dass der Grund vielleicht war, das sieht man sofort in den Augen. Ich finde, also ich lässt, dass die Leute natürlich keine massiven Mengen Alkohol vortrinken und ein Glas Sekt, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nie in den Augen irgendwie gesehen. Das Einzige, was ich nicht erlaube und da gibt es natürlich auch viele, die in solche Richtungen sich dadurch wohler fühlen, aber das geht einfach nicht. Es gibt Menschen, die fühlen sich sehr viel sicherer und wohler, wenn sie zum Beispiel Marihuana rauchen, das geht zum Beispiel gar nicht, weil das ist, das sieht man total in allen Aspekten, aber ich muss echt sagen, ein Glas Sekt, finde ich, sieht man in den Augen nicht unbedingt. Wenn der jetzt nicht drei Krügel Bier vorher trinkt, sollten wir alles safe haben. Gut, dann sage ich mal vielen Dank für's Dabeisein heute. Uns bleibt eigentlich nur immer das Gewinnspiel. Wir haben ja dann gesagt, also vor der Foto und Adventure, wir verlosen ein paar Wind pro Liner Handschuhe und zwar die hat gewonnen, der Joe Traxler. Wir haben nämlich einmal geschaut, wer sich zum Newsletter angemeldet hat und wer schon im Newsletter war. Also da haben wir dann drei ausgelost. Ein Gutschein über 50 Euro von der Wiener Fotoschule hat der Manfred blank gewonnen und ein Magazin Fotografie verstehen geht in die Schweiz zum Adrian. Also wir werden euch dann den Gutschein werden wir zuschicken, die Handschuhe ebenso und das nächste Fotografie gibt's dann wieder im Dezember und zwar am 19.12. um 19 Uhr. Themen werden wir euch kommunizieren. Vielen Dank fürs Mitmachen, einen schönen Abend und schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Tschüss. Danke, tschüss. Schönen Abend. Danke. Danke. Ciao, gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss.